Hinter mir ist das Gebäude von Kernspindel Full Service. Das ist einer unserer Kunden und sie haben es geschafft, mit einem Loft-Film mehr als eine Million Euro Umsatz zu erzielen. Ich nehme dich jetzt mit und frage mal nach, wie genau sie das gemacht haben. Michael, grüß dich. Du bist einer der Geschäftsführer hier. Und vor ungefähr zwei Jahren hast du entschieden, ein Erklärvideo zu machen. Wieso eigentlich? Ja, ich wollte unseren Kunden einfach mal erklären, was wir genau hier machen, was die Vorteile sind. Lange Texte hat da kaum mehr jemand gelesen und da dachte ich, ein Video wäre die richtige Möglichkeit dafür, das hinzubekommen. Da war ich am Anfang aber sehr skeptisch, ob ein Video im B2B-Bereich wirklich gut ankommen würde. Bin dann aber auf eurer Website, habe gesehen, ihr habt es schon für viele sehr erfolgreich umgesetzt. Da dachte ich mir, ich probiere es einfach mal. Wir haben den Film dann für euch umgesetzt, aber wir wissen ja alle, der beste Film bringt rein gar nichts, wenn ihn niemand sieht. Also was habt ihr dann damit gemacht? Wir haben den Film ganz oben auf unserer Website eingesetzt, damit ihn eben Besucher direkt sehen und überzeugt sind. Wir haben ihn dann auch auf LinkedIn eingesetzt, das heißt, den richtigen Ansprechpartnern direkt zugesendet und zu guter Letzt auch noch bezahlte Werbung auf YouTube da mitgeschaltet. So habt ihr den Film online genutzt, habt ihr den auch offline eingesetzt? Wir haben den unseren Außendienst dann direkt auf dem iPad mitgegeben, dann sind die damit rausgefahren auf Messen oder auch bei dem Kunden direkt vor Ort, haben ihn dann dort gezeigt und dann ist die Abschlussrate massiv nach oben gegangen. Höhere Abschlussrate, was waren denn sonst die Ergebnisse? So der Film war noch keine Woche online, da hat uns bereits der erste Interessant angerufen, uns auf den Film angesprochen und ist noch am selben Tag cooler geworden. Außerdem haben wir vor zwei Jahren noch knapp acht Anfragen pro Monat bekommen. Mittlerweile konnten wir durch den Film das Ganze auf 30 Anfragen pro Monat skalieren. Also massive Steigerung. Was würdest du sagen, wie viel mehr Umsatz habt ihr jetzt gemacht nur durch den Film? Wenn ich das jetzt alles zusammenrechne, dann sind es mittlerweile über eine Million Euro Umsatz, die wir durch den Film erwirtschaften konnten. Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr eng zusammengearbeitet, um das Maximum aus deinem Film rauszuholen. Das heißt, du kennst Loftfilm sehr gut, du weißt, welche Ergebnisse möglich sind. Was würdest du denn sagen, für wen lohnt sich eine Zusammenarbeit mit Loftfilm? Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es sich für alle Unternehmen lohnt, die wie wir erklärungsbedürftige Dienstleistungen oder auch Produkte anbieten. Ich war ja am Anfang auch sehr skeptisch, ob sich das jetzt in unserem nischigen Bereich wirklich lohnt. Wenn du dir jetzt sagst, ich bin mir aktuell unsicher, dann trau dich einfach, weil am Ende gilt immer noch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und für uns hat es sich extrem ausgezahlt, weil wenn jetzt jemand auf unsere Website kommt, dann versteht er innerhalb von 120 Sekunden, worum es bei uns geht, was die Vorteile sind. Es werden Einwände gelöst und er muss nicht mehr ewige Texte durchlesen, bis er einfach zum Ziel kommt und eine Anfrage stellt. Wenn du auch möchtest, dass deine Kunden schnell verstehen, was dich besonders macht und warum sie bei dir eine Anfrage stellen sollen, dann kannst du dich bei uns zum kostenlosen Erstgespräch eintragen. In diesem Erstgespräch erstellen wir bereits ein kostenloses Konzept für deinen Erklärfilm. Und wenn dir das Konzept gefällt, dann werden wir diesen Film auch für dich umsetzen. Geh einfach auf loftfilm.de, trag dich ein zum Erstgespräch. Michael, danke, dass wir hier sein durften. Und wir sehen uns dann im Erstgespräch und vielleicht bei der nächsten Loftfilm-Erfolgsgeschichte. Also jetzt eintragen auf loftfilm.de.